Ja, also Henry Kissinger hat ja mal sinngemäß gesagt, Amerika hat keine Freunde oder Feinde, Amerika hat Interessen. Und ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir das verstehen, dass wir dieses naive Amerika-Bild, das sind unsere Freunde, dass wir das dringend korrigieren und unsere eigenen Interessen sehen und auch unsere eigenen Interessen verteidigen. Weil es sind nicht nur die Republikaner, es ist nicht nur Donald Trump, der Make America Great Again betreibt, sondern das macht die Biden-Administration ganz genauso, teilweise sogar noch brutaler als Trump damals. Also Biden hat im August ein Gesetz auf den Weg gebracht, also in Kraft gesetzt, nachdem die amerikanische Industrie 400 Milliarden Dollar Subventionen bekommen soll und zwar wirklich nur Hersteller in den USA. Also eine klare Diskriminierung zum Beispiel auch für deutsche, europäische Unternehmen, die die USA beliefern. Der Sinn ist, es sollen Arbeitsplätze und Industrie aus Europa nach den USA verlagert werden. Das ist ja Sinn, 400 Milliarden dafür. Biden hat jetzt nochmal eine Verschärfung auch der China-Sanktionen beschlossen. Also einen ganz massiven Einschnitt in bestimmte Branchen, die mit Halbleitern arbeiten, amerikanische Produkte auch verbauen. Das betrifft auch europäische Unternehmen. De facto läuft es darauf hinaus, Europa von dem chinesischen Markt abzuschneiden. Das ist gerade für eine exportstarke Nation wie Deutschland ein echtes Problem. Und wir sollten begreifen, auch die Russland-Sanktionen schaden Europa mindestens genauso sehr wie Russland. Eigentlich sogar noch sehr viel mehr, weil Russland hat zurzeit sogar mehr Einnahmen als vorher, weil die Preise so explodiert sind. Wir haben die hohen Energiekosten und diese extrem hohen Energiekosten haben für die USA natürlich einen positiven Nebeneffekt. Unsere Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Trump hat sich immer erregt über die deutschen Handelsüberschüsse und über die starke deutsche Exportindustrie. Das Kapitel ist bald erledigt, wenn wir bei den jetzigen Energiepreisen bleiben. Und ganz nebenbei kann die USA so sogar ein großes Geschäft übernehmen, nämlich für das europäische Gas, auch für die Belieferung Deutschlands mit Gas, mit teurem Gas. Also das alles ist nicht in unserem Interesse. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns dringend darauf besinnen, was hilft uns, was hilft unserer Volkswirtschaft, was ist für die Menschen hier in Deutschland wichtig. Und ich finde, das sollte schon die Politik tatsächlich auch bestimmen. Herr Rehberg, wie ist es mit unseren eigenen Interessen? Macht die Politik genug für uns selbst? Muss es vielleicht sogar mehr heißen, make Germany great again? Also, die Vereinigten Staaten, Amerika als Freund zu haben und eigene Interessen zu vertreten, darin sehe ich keinen Widerspruch. Überhaupt nicht. Und ich denke mal, gerade im Westen Deutschlands, auch im Osten muss man den Vereinigten Staaten dankbar sein, über 70 Jahre Frieden und Freiheit in Europa und auch den Wegbereiter zur Wiedervereinigung. Es war nicht Margaret Thatcher, es waren die Vereinigten Staaten unter anderem. Und auch Frankreich. Auch Michael Gorbatschow. Ohne den wäre es wohl nicht gegangen. Entschuldigung, ohne Michael Gorbatschow und Helmut Kohl wäre es auch nicht gegangen. Und Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder haben da keinen großen Beitrag an der Stelle geleistet. Ganz im Gegenteil. Hören wir nochmal zu diesem wirtschaftlichen Thema zurückzukommen. Ja klar, es gibt drei große Komponenten, auf die unser Wohlstand mitberührt. Das eine ist, wir haben jährlich zwischen 20 und 30 Milliarden Euro zu wenig in den letzten Jahren ausgegeben für Verteidigung. Stichwort zwei Prozent ziert. Zweitens, das ist das billige russische Gas. Und drittens, Lieferketten China. Darauf, neben vielen anderen Faktoren, das sind drei Faktoren, die man schon mit dem Auge behalten sollte. Es gibt hier auch das Argument Freiheit und Frieden durch Handel anstatt Abschottung. Das Argument gibt es auch. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil, ich sag mal, diese russischen Rohstoffe liefen auch für den Osten Deutschlands, liefen für den Westen Deutschlands seit Jahren und Jahrzehnten. Und sicher war es nicht vorhersehbar, dass Putin, dass Russland, sehr stark unterstützt von der russischen Bevölkerung, 80 Prozent Zustimmung in einen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, fährt übrigens schon seit 2014, 15. Nicht erst seit dem 24. Februar diesen Jahres. Der Krimkrieg begann bedeutend früher. Und, Frau Wagenknecht, ich finde, Sanktionen gehören dazu. Man kann nicht die Vergewaltigung von Frauen in der Ukraine tolerieren. Man kann Butscha nicht tolerieren. Man kann nicht die Zwangsdepartation von Kindern ignorieren. Und man kann auch nicht die Zerstörung der Zivilstruktur ignorieren. Also, wenn man wie Sie argumentiert, dann sagt sich Putin doch, ich habe alles richtig gemacht. Nein, doch, das geht schon auch darum. Dieser Krieg ist ein Verbrechen. Aber wir ändern daran nichts durch die Sanktionen, weil die russischen Einnahmen sind ja höher als vorher. Das geht doch nicht nur um die Einnahmen. Es geht auch darum, es ist doch dieser große russische Staat, muss sich minderwertige Drohnen aus dem Iran einkaufen, weil sie selber nicht in der Lage sind, so etwas zu produzieren. Und, und, und. Gucken Sie sich den Zustand der russischen Armee an. Das wirkt schon aus meiner Sicht die Sanktionen. Und kommen wir mal auf den Ausgangspunkt zurück, was Amerika betrifft. Ich finde ja, wir müssen eigene und, wo es möglich ist, auch europäische Interessen gemeinsam wahrnehmen. Wenn ich zum Rohstoffbereich komme, dann müssen wir auch mal über unseren eigenen Schatten springen. Beginnend beim Kies- und Sandtagebau angefangen bis hin zu seltenen Erden. Wir haben seltene Erden in Deutschland, zum Beispiel Lithium. Dann müssen wir da rangehen, die selber zu erschließen und nicht nur von Chinons abhängig zu machen und auch vom Erdgas und Erdbeben. Bleiben wir einmal bei dem Vorwurf, damit Frau Wagenknecht darauf auch antworten kann. Sie haben ja eigentlich unterstellt, dass Frau Wagenknecht mit ihrer These die Vergewaltigung butschter und co. tolerieren würde. Das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, dann würde Putin das auffassen. Nein, nein, das habe ich so immer vorsichtig. Man muss diese Verbrechen dieses Krieges klar verurteilen. Ich finde auch, dass wir viel mehr tun müssten, um diesen Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden. Und damit natürlich auch das Sterben und das Leiden zu beenden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ob diese Sanktionen irgendeinen sinnvollen Beitrag dazu leisten. Das sehe ich nicht. Und ich meine, meine Kollegin Sevim Dadelen hat vor kurzem die Bundesregierung gefragt, ob sie irgendwelche belastbaren Erkenntnisse hat, dass die Sanktionen einen Einfluss auf den Kriegsverlauf haben. Und die Antwort der Bundesregierung war ganz knapp. Nein, wir haben keine Erkenntnisse. Ja, man kann doch nicht riesige Sanktionen, die uns selber massiv schaden, aufrechterhalten, ohne irgendwie ein Argument zu haben, dass es den Kriegsverlauf und die Verbrechen bei dem Krieg auch nur beeinflusst. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ich finde auch die Doppelmoral heuchlerisch. Also es ist ja nicht so, dass wir auf alle verbrecherischen Kriege dieser Welt mit solchen Sanktionen reagieren. Herr Habeck fährt in den Nahen Osten, Herr Scholz fährt in den Nahen Osten nach Saudi-Arabien, wo also seit Jahren ein furchtbarer verbrecherischer Krieg gegen den Jemen geführt wird mit ganz vielen zivilen Opfern. Das ist weiter weg als die Ukraine, aber das ist für die Menschen, die dort leiden. Das sind 80.000 Kinder bisher umgebracht worden. Für die Menschen, die darunter leiden, ist das genauso schlimm. Und da machen wir keine Sanktionen, da liefern wir sogar Waffen, was ich nun tatsächlich natürlich für Russland nicht befürworten würde. Also wir sollten natürlich Russland keine Waffen und keine Drohnen liefern. Aber Sanktionen für Düngemittel, Sanktionen für Getreide, Sanktionen für Energie, auch für Öl. Ende des Jahres hören wir auf, russisches Öl zu kaufen, nach Herrn Habecks Logik oder nach seiner Entscheidung. Es ist völlig irre. Und damit haben wir auch provoziert, dass wir vom Gas eben abgeklemmt wurden. Andere europäische Länder kaufen russisches Gas übrigens anders als wir. Also wir sind da auch besonders dumm. Und das halte ich weder vor dem Gesichtspunkt der Moral noch vor irgendwelchen anderen Kriterien für gerechtfertigt. Frau Mildmann, sind die Deutschen Sanktionen zielführend? Einmal Sie, machen Sie. Ich unterstütze die Sanktionen. Zum einen, weil ich es aus moralischer Sicht absolut wichtig finde, dass Putin etwas entgegengehalten wird. Und was wir sehen, ist ein Verhalten, was man einfach nicht tolerieren kann. Deswegen erstens, aus moralischer Sicht unterstütze ich die Sanktionen. Zweitens, ich unterstütze, dass sie im Europäischen Verbund verhängt werden. Und mit unseren Partnern zusammen, also mit den USA und anderen westlichen Ländern. Dadurch werden sie auch mehr Schlagkraft entwickeln. Dritter Punkt, warum sie noch nicht den Kriegsverlauf massiv geändert haben, ist, weil wir bei bestimmten Bereichen einfach auch nicht schnell genug waren mit den Sanktionen. Und das ist nun mal gerade Öl und ist nun mal Gas. Und warum wir da nicht schneller waren, ist, weil das eben auch hohe Kosten für uns verursacht. Und man da eine Transition vornehmen muss. Und weil andere europäische EU-Mitgliedstaaten teilweise sogar noch abhängiger sind. Und die Abstimmung im Europäischen Verbund hat uns eben an dieser Stelle etwas langsamer gemacht. Aber ist meiner Meinung nach absolut notwendig. Und die Erwartung, dass Sanktionen von einem Tag auf den anderen greifen, so schnell funktioniert es eben auch nicht. Aber deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass es falsch ist. Und ich würde auch sagen, letzter Punkt, vierter Punkt, dass wir auch einen Preis bereit sein müssen zu zahlen dafür. Nämlich einen Preis, um unsere Freiheit und unsere Werte zu verteidigen. Denn die Frage ist doch wirklich, wo macht Putin denn letztendlich Halt? Wird er wirklich bei der Ukraine Halt machen? Oder steht er als nächstes, wer steht denn als nächstes dann auf seiner Angriffsliste? Und dem muss man eben etwas entgegenhalten. Aber Sanktionen alleine reichen natürlich nicht aus. Man muss weiterhin, also man muss auch harte Waffen liefern. Das ist auch klar an die Ukraine. Und man muss trotzdem auch bei aller Härte auch immer die Gesprächsbereitschaft offen halten. Aber im Moment ist da nichts zu sprechen. Im Moment geht das nicht. Und deswegen eben Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie weit würden Sie gehen, wenn ich einmal zusammenfassen darf? Also Sie sagen, die Sanktionen brauchen einfach noch länger Zeit zu wirken. Wenn sie vorher beschlossen werden würden, hätten sie schon gewirkt. Und das Zweite ist aufgrund der Moral. Aber muss nicht dem deutschen Volk auch gegenüber die Moral gezeigt werden, dass die Sanktionen auch etwas bringen? Also gibt es nicht eine Pflicht der Politik zu zeigen, das und das und das und das bringt der Verzicht? Weil nur zu sagen, die Moral muss es richten, das reicht den Bürgern ja anscheinend nicht mehr, auch wenn man auf Umfragen blickt. Man muss auf jeden Fall immer erklären, was man macht. Das ist klar. Und wofür wir es auch machen. Nämlich für unsere Freiheit und unsere Werte. Und dass diese auch zu verteidigen, also verteidigt werden müssen. Und wir müssen auch erklären, was die Ukrainer im Moment gerade auch für uns leisten. Und auch, dass es irgendwann auch darum gehen wird, den Wiederaufbau mitzufinanzieren. Und auch das wird uns kosten. Und es ist richtig, dass es uns was kostet. Also es braucht einen letztendlich Marshallplan für die Ukraine auch. Und das muss man erklären. Natürlich, klar. Da muss man in den Austausch gehen. Also ich kann und will zu den Sanktionen können wir nichts sagen aus dem Handwerk, weil wir einfach da, denke ich, zu wenig Durchblick haben, was wirklich wie viel hilft oder nicht. Aber was schon so ist, ich höre immer Zahlen und man soll bereit sein zu zahlen. Wer bezahlt denn die ganzen Steuern? Wer erwirtschaftet das alles? Das ist die Wirtschaft. Und das sind vor allem die KMU. Das sind die kleinen und mittelständigen Unternehmen. Da sind irgendwie, glaube ich, knapp 70 Prozent in Deutschland für verantwortlich, dass Steuern gezahlt werden. Und die sollen gar nicht entlastet werden. Die sollen genauso entlastet werden wie der Privathaushalt. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und es ist letzten Endes egal, wie wir im nächsten Jahr klarkommen. Der Bundeskanzler hat mehrfach gesagt, er lässt niemanden alleine, kein Unternehmen alleine. Er weiß um unsere Sache. Er weiß, wie es uns geht. Und nicht nur den Bäckern, wie gesagt, ich betone das immer wieder. Wir sind extrem energieintensiv. Wir sind aber auch extrem personalintensiv. Es geht um viele, viele, viele tausende Arbeitsplätze. Und was nützt das alles, wenn wir moralisch sind, aber wir vergessen unsere Wirtschaft. Und so kommt es bei uns gerade an, dass das passiert. Weil wir spüren keine Entlastung. Ich habe einen Kollegen, der zahlt jeden Monat statt 6.000 75.000 Euro für Gas. Abschläge. Sonst wird ihm das abgedreht. Wer hilft ihm? Niemand. Es gibt nicht ein Förderpaket, nichts. Und von heute auf morgen muss bestimmt keine Sanktionen wirken. Aber vielleicht sollte langsam mal von heute auf morgen eine Entlastung wirken. Weil die ist einfach nicht da. Und wenn die Betriebe dann reihenweise, wenn wir uns nicht wehren würden, schließen. Weil wir einfach nicht, wie Herr Habeck das vorgeschlagen hat, mal ein paar Monate nicht produzieren können. Das geht einfach nicht. Außer er bezahlt uns diesen Urlaub, den wir dann hätten. Und das wird er wohl auch nicht machen. Also muss doch endlich mal gehandelt werden. Und es dauert alles viel, viel zu lange. Wir reden jetzt, wir massiv aus der Basis, reden seit acht Wochen. Unser Zentralverband redet seit Mai. Und sie wissen um die Dinge. Aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Und Geld muss da sein, wenn für alles andere Geld da ist. Und ich will nicht wissen, will mir das nicht anmaßen, wie viel Steuereinnahmen mehr da sind durch die Inflation. Warum werden wir nicht entlastet? Und zwar schnell. Es gibt nichts. Also die 300 Euro, die die Privathaushalte bekommen haben, die helfen uns gar nichts. Also Fakt ist, wir sind alleine. Die Blaupause ist, finde ich, da. Und zwar zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Soforthilfen. Ja. Die sind innerhalb von wenigen Wochen aus dem Boden gestanden. Absolut. Die ersten Abschläge gab es auch relativ schnell. Ja, danach war Riesentheater, Missbrauch aber gleichwohl. Ich denke, auf dieser Basis, das hätte man dann später gegenrechnen können. Man hat sich erst so in die Gasumlage gestritten. Die Gaspreisbremse einer Expertenkommission überlassen. Und ich bin an der Stelle völlig bei Ihnen. Ich höre das auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Teilweise kriegst du ja gar keinen Gasversorgungsvertrag mehr. Richtig. Das heißt, dann kannst du ja Tschüss sagen. Kannst du die Bude dicht machen. Und da hilft auch kein aufgemotztes Kurzarbeitergeld dann an der Stelle. Also nochmal, ich finde, die Blaupausen sind da. Da muss man sich auch nicht zwingend ständig an der EU-Beihilfe recht stören. Ich finde, dann muss man einfach machen an der Stelle. Und die Dinge kann man dann später regeln. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Olaf Scholz da ständig rumgetutet hat zur Corona-Zeit und Peter Altmaier an die Wand gedrückt hat. Aber ich muss sagen, diese Ampeltruppe, die bastelt oder sie weiß es eigentlich seit dem 24. Februar 2022. Und dass auf Sanktionen Putin das Gas abdreht, das war erwartbar aus meiner Sicht. Also insoweit, ja, zwischen Februar und heute. Also andere Länder haben es ja auch wesentlich schneller gemacht. Andere europäische Länder, da gibt es längst Gaspreisdeckel, da gibt es längst Strompreisdeckel. Da ist es natürlich etwas abgemildert. Und ich finde auch, es muss dringend was getan werden, ganz kurzfristig und ganz schnell. Und damit die Unternehmen nicht tot sind. Weil ich meine, Habecks Idee, man macht mal Urlaub eine Weile und dann kommt mal wieder, ist eben wirklich sehr kreativ und eben ein typischer Habeck. Aber das Grundproblem bleibt natürlich trotzdem, und das ist der Unterschied zur Corona-Zeit, die Corona-Zeit, da haben wir viel Idiotisches gemacht. Aber es war zumindest immer klar, es ist ein überschaubarer Zeitraum. Ein Lockdown war ein überschaubarer Zeitraum. Danach war klar, es kommt wieder... Entschuldigung, er kam aber dann wieder. Wir haben das Frühjahr 2020... Ja, Sie haben ja auch viel zu viele Lockdowns gemacht. Ich meine, das war auch ganz schlimm. Ich hoffe, da war auch was anderes hinaus. Darauf hinaus... Ich hoffe, dass Sie nie auf einer Intensivstation waren. Ich will darauf hinaus, dass es trotzdem zu Corona-Zeiten klar war, irgendwann ist es wieder normal. Irgendwann macht man wieder auf. Und wir brauchen die Perspektive natürlich auch bei den Energiepreisen. Also natürlich kann man kurzfristig und muss man jetzt mit staatlichem Geld da subventionieren und unterstützen. Aber wir müssen ja auch immer bedenken, auch das staatliche Geld, was dort eingesetzt wird, ist das Steuergeld, was die Menschen aufbringen. Also das ist natürlich auch Ringgetasche, Rechte-Tastentasche. Einige Schritte sind Schulden. Und erst mal sind... Ja gut, aber wollen Sie für die nächsten 20 Jahre nur Schulden machen? Also irgendwann... Ich nicht, als ehemalige Haushälter, wo wir garantiert nicht... Ja gut, aber das heißt doch, wir müssen das Energiepreisproblem... Eigentlich ist dann das Problem, der Preise in den Griff kriegen. Wir können nicht auf Dauer subventionieren. Das mache ich damit. Eigentlich war auch die Einigkeit gerade ganz schön. Handlungsbedarf, Handlungsbedarf, Handlungsbedarf. Selten nach einer These über Russland und Ukraine so viel Einigkeit am Tisch.